Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von REaktuell. Heute endlich mal wieder mit Didi und Gabi. Didi, ich freue mich voll, dass wir es einmal wieder geschafft haben. Ja, mich freut es auch. Das ist echt schon ewig her. Also ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann das ist. Vor höchst Zeit. Ja, voll. Und jetzt geht es auch noch um die Ostersendung. Ja, perfekt. Jetzt sagen wir, dann verraten wir mal, was wir machen zu einem Programmhund. Genau. Harmonisches Treffen im Breitenwang, 28. Alpenländisches Sänger- und Musikantentreffen, Ostervorbereitungen in den Kindergärten, wir blicken zurück ins Jahr 2014, Wochenblick, sieben Tage außer fern und Ernst Bohler ganz persönlich im Gespräch mit dem Alte Kahn. Nach einer zweijährigen Pause kamen Freunde der echten Volksmusik endlich wieder auf ihre Kosten und konnten dann beim Sonntag unverfälschte Volksmusik erleben. Beim beliebten Sänger- und Musikantentreffen sangen und musizierten unter dem Motto »A richtiger Hohengard« und der Gleichgesinnte viele bekannte Gruppen aus dem Außerfern, Allgäu und Tirol. Bei dem harmonischen Treffen wird vor allem altes Liedgut, das zum Teil schon in Vergessenheit geraten ist, wiedergegeben. Uns haben die Musikantinnen und Musikanten verraten, was ihnen die Musik bedeutet.